Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Episode von Hoaxilla, dem Schlager-Podcast aus Hamburg. Dem schlagenden Podcast aus Hamburg. Vielmals Entschuldigung für all die Dinge, die die letzte Folge gehört haben. Ich habe es mir angemaßt, einen Schlager zu singen und damit tausenden von Leuten auf ins kleine Ohrwurm gegeben. Ja, du musst jetzt noch sagen, kommt nie wieder vor. Das kann ich nicht versprechen. Ich habe so den einen oder anderen Schlager noch im Hinterkopf, bei dem ich vielleicht mal demnächst die Leute schauen kann. Das wird heute auch wieder gesungen übrigens in der Sendung. Stimmt, aber nicht von uns. Nicht von uns in dem Fall. Und achso, für all diejenigen, die das erste Mal zuschalten, das ist natürlich kein Schlager-Podcast, sondern wir sind der skeptische Podcast aus Hamburg. Und wie immer bei mir, ihr habt sie gerade schon gehört, die wunderbare Hoax-Mystress Alexa. Hallo alle zusammen. Und ich bin der alte Hoax-Marz Alexander. Und bevor wir jetzt weiter blöd sind, reden, machen wir erstmal weiter, denn wir haben ein sehr ernstes Thema heute in der Sendung. In der Story der Woche wenden wir uns diesmal russischer Technologie und Wissenschaft zu. Und wenn man an all die dummen Sprüche denkt, die so über die Mir herumgeisterten, dann weiß man wahrscheinlich schon, worauf das Ganze hinausläuft, nämlich auf einen schrecklichen Unfall. Es geht um einen Mitarbeiter in einem Institut für Hochenergiephysik. Genauer gesagt hat dieser Mitarbeiter mit einem Teilchenbeschleuniger in Russland zu tun gehabt. Und er wollte eines Tages überprüfen, ob ein Teil, von dem alle dachten, dass es defekt ist, tatsächlich defekt ist. Er hat sich dummerweise dann mit dem Kopf in den Teil gebeugt, wo der Protonenstrahl durch musste. Und natürlich gab es auch Sicherheitsmechanismen, sondern klar, dummerweise haben die leider versagt. Und er hat diesen Strahl vollkommen abgekriegt, ohne irgendwie Abschwächung. Die ganze linke Gesichtshälfte war betroffen, das heißt, der Strahl ist einmal quer durch seinen Kopf geschossen. Und wie durch ein Wunder hat dieser Mitarbeiter diesen Unfall überlebt. Allerdings wirft das Ganze natürlich nicht wirklich ein gutes Licht auf russische Technologie, oder? Wenn er einfach so die Sicherheitsmechanismen versagen können. Den Kopf in ein Teilchenbeschleuniger gesteckt? Ja, da, wo der Strahl halt ankommt, wo die Protonen ankommen, mit fast Lichtgeschwindigkeit. Da bin ich mal sehr gespannt auf das Ende der Sendung. Ja, ich auch. Sehr gespannt. Machen wir dann, ob das eine wahre Geschichte ist oder nicht. Thema der Woche. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Habemus Papam. Zufall. Wir sind an einer anderen Sache dran und wollen uns da nochmal mit der Vatikansstadt beschäftigen demnächst. In Rahmen eines ganz bestimmten Projektes, über das wir noch nicht reden wollen. Das war also purer Zufall. Und wir sind weder schuld, noch verantwortlich, noch unterstützen wir, noch sonst irgendwas. Den Drittel von Herrn Ratzinger, beziehungsweise den 16. Aber es ist schon lustig, wie zeitliche Zusammenhänge auch schnell zu kausal zusammenhängen werden. Und unsere Twitter-Timeline lief doch relativ schnell voll. Ich fand das sehr interessant. Mit der Frage, was habt ihr jetzt schon wieder angestellt? Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, die nicht bei Twitter sind, wir suchen im Moment einen Experten für die Vatikanschaft, haben da aber auch schon jemanden gefunden. Wollen noch nicht sagen, was es geht, aber genau zwei, drei Stunden, nachdem wir diese Frage in die Welt geschickt haben, kam die Meldung über den angekündigten Rücktritt des Papstes. An der Stelle vielleicht ganz kurz sowas wie ein Faktencheck. Gibt es ja auch im Fernsehen immer. Der Huxeler-Faktencheck zum Papst. Machen Sie mal gerade einen Jingle, so instant. Genau, zum Papst-Rücktritt, denn das ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte, denn ein lebender Papst, der zurücktritt, das gibt es nicht so häufig. Also ein toter Papst kann ja per se nicht aktiv zurückfinden. Naja, der Tod ist quasi der Rücktritt. Also das Pontifikat ist eigentlich darauf ausgelegt, dass der Stellvertreter Petrus auf Erden durch Tod aus dem Amt scheidet und nicht, weil er das nicht mehr möchte. Insofern ist das überhaupt das zweite Mal überhaupt in der Geschichte der Papste, dass jemand zurücktritt. Der erste Papst war Cholestin V im Jahr 1294, der seinerzeit vom Papstamt zurückgestritten ist. Und was so ein bisschen ein Geschmäckle, könnte man sagen, hat an der ganzen Angelegenheit, ist da die Tatsache, dass wenn jetzt ein neuer Papst gewählt wird, es theoretisch, also von der Form her, zwei Papste gibt. Denn Ratzinger ist ja, obwohl er zurückgetreten ist, immer noch gewählter Vertreter Petrus auf Erden und könnte theoretisch wie so eine Art Gegenpapst aus dem Off sich einbringen und sagen, das sehe ich anders. Das könnte man dann mal beobachten, ob es da zu Grabenkämpfen kommen könnte. Der Rücktritt selber von Papst Benedikt dem 16. wird am 28. Februar um 20 Uhr wirksam. Bis dahin ist er noch Papst. Und dann tritt das Konklave, übrigens der Zölibat das Konklave. Ja, ich glaube, das wissen jetzt die meisten schon, oder? Ja, wer außer Kirche ausgeräten ist, aber es ist halt das Konklave. Frühestens 15 Tage und spätestens 20 Tage nach dem Tod der Ruchte des Papstes zusammen. Das heißt, wir werden also frühestens eigentlich am 15. März wahrscheinlich diesen Ruf Habimus Papmann hören und spätestens, naja, plus die Zeit, die die dann vielleicht beraten müssen über eine Neuwahl. Papst Benedikt XVI. wird auch aufgrund des Alters nicht mehr an... Ja, der ist über 80, der darf nicht mehr wählen. ...im Konklave teilnehmen, genau. Deswegen ist er da nicht mehr dabei. Was er nach seinem Rücktritt macht, weiß man nicht. Er wird sich wahrscheinlich irgendwo zurückziehen. Bücher schreiben. Mit Sicherheit. Und der Name, das ist immer noch schwierig. Es gibt eigentlich wenige, die mal Papst waren und wie man im Englischen sagt, live to tell the tale. Das ist so. Das ist so, genau. Wie ich Papst war, aber kann er prima ein Buch schreiben. Er kann Benedikt heißen oder er kann sich wieder Benedikt Ratzinger Josef Ratzinger nennen. Das ist auch ganz spannend. Eine Rente wird er wohl nicht bekommen, aber wird wohl von seinen Buchrechten gut leben können. Also macht euch keine Sorgen. Keine Sorgen um den Papst. Bestimmt nicht, es sei denn, er möchte gerne. So, jetzt ist es aber so, dass es über den nächsten Papst, den es geben wird... Ja, also es ist ja interessant, jetzt über Benedikt so viel zu reden. Das ist aber nur mittelbar unser Thema. Genau, das war der Faktencheck. Das war der Huxeler Faktencheck, Ende dieses Kapitels. Jetzt kommt das nächste. Der ist ja jetzt unter Umständen nach Informationen, die uns vorliegen, der vorletzte Papst gewesen. Das heißt also, die Zeit der Päpste läuft ab. Wir haben nur noch einen und dann ist es vorbei. Das könnte so sein. Ja. Denn? Es gibt eine Prophezeiung, bestehend aus 112 Versen, die das Pontifikat von dem Papst jeweils in kurzen Worten beschreibt, also seinen Namen, seine Herkunft, seinen Wappen, wie auch immer. Und das vom 12. Jahrhundert an, angefangen mit Kölestin I., lustigerweise auch wieder an Kölestin, wie der, der da zurückgetreten ist. Also von 1143 bis eben heute, jetzt oder demnächst und dann zum Ende der Zeit. Diese Prophezeiung ist verfasst worden, so sagt man, vom heiligen Malachias und das auch im 12. Jahrhundert. Ist also schon uralt, so sagt man, so erzählt man sich. Wir kommen dann nachher nochmal drauf, was da dran ist. Und die sagt eben, dass es 111 Päpste gibt und danach ist Feierabend. Den 110. hatten wir jetzt gerade, der ist zurückgetreten und das heißt also, der Nächste wird der Letzte sein. Denn die Prophezeiung zu diesem Papst lautet, während der Letzten oder auch aus dem Lateinischen anders übersetzt, der äußerst Großen oder der Größten Verfolgung der Heiligen Kirche wird Petrus, ein Römer, regieren. Er wird die Schafe unter vielen Bedrängnissen weiden. Dann wird die Siebenhügelstadt zerstört werden und der furchtbare Richter wird sein Volk richten. Ja, Roma, Siebenhügelstadt. Klar, das dürfte eigentlich so ein Klarsein, genau. Die Kirche, großen Verfolgungen ausgesetzt. Das passt ja auch irgendwie. Das passt ja ganz gut auf unsere Zeit. Und jetzt müssen wir nur noch gespannt sein, ob der nächste Papst auch Petrus heißen wird. Und ein Römer ist. Und ein Römer ist. Also ein Italiener dann in dem Fall. Genau. Das sind, das ist quasi die Pope Prophecy oder Papst Prophezeiung, Papst Weissagung. Da gibt es verschiedene Namen für, die das vorhersagt. Und jetzt müssen wir uns natürlich zunächst mal damit beschäftigen, wer hat denn diese Weissagung, diese Prophezeiung angeblich ins Leben gerufen. Genau, das Original heißt übrigens Prophetia, Sankt die Malachie, Archiepiskopie, desummes Pontifiquibus. Und es ist noch zu einem größeren Werk. Auf das wir aber später nochmal zu sprechen kommen. Gut. Genau. Dann machen wir das nachher. Und wir bitten uns jetzt erstmal dem Autor, dem heiligen Malachias, so heißt er dann in der latinisierten Version seines Namens. Er ist ihre gewesen. Und wer mir mal die Aussprache des irischen Gärlisch beibringen möchte und hier draußen sich jetzt irgendwie berufen fühlt, der mag schreiben, weil ich da echte Defizite habe. Ich weiß nicht, warum ich damit so auf Kriegsfuß stehe. Ganz schrecklich. Und Alexa hat gesagt, du darfst alle Gärlisch Namen. Genau, weil ich mich gar nicht lächerlich machen will. Dann kannst du dich blamieren. Also er wurde geboren entweder 1094 oder 1095 in Amag, also in Irland und starb am 2. November 1148 in Clairvaux. Und als Geburtsnamen, ich versuche das jetzt einfach mal, Mel Medoc Ombouguer oder Mel Hedoc Ombouguer. Genau, und aus diesem letzteren Teil des Namens hat sich dann eben das latinisierte Malachias entwickelt. Oder St. Melkai, wie er heute auf dem Englischen heißt. Er stand seinem Biografen Bernhard von Clairvaux sehr nah. Er soll sogar, und da kommen wir jetzt schon im Bereich seiner heiligen Geschichte, seiner Legende, um mal den richtigen Begriff anzuwenden, in seinen Armen gestorben sein. Nach einem Besuch in Rom soll er wohl erkrankt gewesen sein und dann eben auf dem Rückweg in Clairvaux in den Armen von Bernhard gestorben sein. Genau, also Bernhard von Clairvaux, mittelalterlicher Abt. Genau, kennt er bestimmt aus dem Kreuzzug oder bei den Kreuzzügen dabei und war einer der bedeutendsten Mönche des Zisterziensersorden, für dessen Verbreitung er dann letztendlich in Europa auch sehr gesorgt hat. Du hast es gerade schon angesprochen, Malachias war auch in Rom bei den Perpsten. Er war sehr beliebt in der römischen katholischen Kirchen, denn er hat den Katholizismus auf den britischen Inseln stärken wollen, was eben ein großes Stein ins Brett gebracht hat und hat sich dafür sehr eingesetzt. Er ist mit 25 Jahren zum Priester geweiht worden, das kann man noch über ihn sagen und wir wollen uns jetzt natürlich mal auf seine Weissagungen stürzen, nämlich die 112 kurzen Sinssprüche, die sozusagen die 112 Pärste vom Kolestin dem zweiten 1143 bis ja quasi dem Petrus Romanus, den du gerade vorgelesen hast, beschreiben. Ja, man muss noch dazu sagen, er ist, wie wir jetzt alle wissen, heilig gesprochen worden und es ist ihm tatsächlich auch von Bernhard von Clairvaux und seinem Biografen oder dem Schreiber seiner Legende, der heiligen Vita nahegelegt worden, die Gabe der Prophetie besessen zu haben. Also er galt schon als ein Seher. Das passt sicherlich natürlich in den Kontext, ihm irgendwelche Prophezeiungen über Pärpste zuzuschreiben. Genau. Erstaunlicherweise sind diese Prophezeiungen erst viele Jahre nach seinem Tod zutage getreten und also nicht direkt nach seinem Tod 1148 hat jemand gesagt, guck mal hier, der hat ja alle Pärpste vorher gesagt, sondern die Geschichte war ein bisschen anders. Denn man fand die Vorhersagen in einem Buch, das einen anderen Titel trug und aus diesem Buch Lignum Vitae Lignum Vitae hieß das Buch von einem Arnold Vion, einem Belgier, einem belgischen Benediktinermönch. Der wollte übrigens ganz was anderes eigentlich, der wollte eigentlich die Geschichte berühmter Persönlichkeiten aus dem Benediktinerorden beschreiben. Und dann, ab Seite 307 in diesem Werk, da hat er dann eben diese Verse abgedruckt. Genau, wir werden das Buch, das gibt es bei Google als Buch verlinken, da könnt ihr euch das mal selber auch im Original angucken, als gescannte Ausgabe, das ist ganz interessant, sich das mal anzugucken, da auch mal auf Seite 307 zu blättern, wo man dann die Sinnsprüche oder wie sie auch bisweilen genannt werden, Devisen, so nennt man sie, finden kann. Es gibt da ganz, ganz nette Beispiele, zum Beispiel schreibt angeblich Malachias über Kölestin den Vierten die Bezeichnung Leo Sabinus, also der Löwe aus Sabina. Das passt insofern natürlich wie die Faust aufs Auge, weil tatsächlich dieser Kölestin aus Sabina, das ist so eine kleine Stadt in der Nähe von Rom, stammt und in seinem Wappen den Löwen trug. Und das ist natürlich so ein hundertprozentiger Treffer. Er hat noch mehr solche Treffer produziert. Er sagt zum Beispiel für Urban den Sechsten, der hat übrigens regiert von 1378 bis 1989, die Inferno Pregnani, aus der Hölle von Pregnanien. Und das passt insofern wieder ganz wunderbar, weil dieser Papst nämlich aus einem Vorort von Neapel stammte, der tatsächlich den Namen Inferno trug und sein bürgerlicher Name lautete Bartholomeo Pregnano. Also Treffer versenkt, kann man sagen. Man könnte sich jetzt also langsam wundern und könnte sagen, meine Güte, Donnerwetter, der scheint ja einen Treffer nach dem anderen gelandet zu haben und wenn dem dann so ist und er sehr schwar, ist dann tatsächlich der nächste Papst der letzte Papst. Man rätselt jetzt übrigens lustigerweise so über die letzten Päpste, die jetzt hier so an der Regierung waren, also über Johannes Paul II., der ja 2005 gestorben ist. Also wenn man dann in der Reihe fortschreitet, also der Spruch für die 109 lautet Delabore Solis und das würde dann halt, wenn man die Reihe eben der Päpste so fortsetzt, auf Johannes Paul II. fallen, da sind die Leute gerade furchtbar am rumrätseln, warum und wieso jetzt Delabore Solis, also von entweder der Arbeit der Sonne oder den Mühen oder der Bedrängnis der Sonne, da gibt es ja auch dann verschiedene Möglichkeiten, das aus dem Lateinischen zu übersetzen. Also gerade für Johannes Paul II. gibt es dann verschiedene Interpretationen, wie du schon gerade sagst, das eine ist eben, dass sowohl bei seinem Geburt als auch bei seinem Tod eine, zumindest zum Teil vorhandene Sonnenfinsternis vorlag. Andere Interpretationen gehen dahin, dass er wie die Sonne um die Erde gekreist ist. Früher war ja die Erde Mittelpunkt der Welt. Besonders interessant, weil die Prophezeiung angeblich aus dem 12. Jahrhundert stand. Naja, aber er hat ja alle Länder bereist. Johannes Paul II. war ja der Reisepapst, so wurde er ja auch genannt. also auch eine theoretische Erklärung. Es gibt noch eine weitere Erklärung, nämlich, dass er in Krakau geboren wurde, Johannes Paul II. Und Krakau ist der Geburtsort von Kopernikus gewesen. Da muss man erst mal drauf gucken. Ja, also auch. Der hat ja auch irgendwas mit der Sonne zu tun gehabt. Und sehr schön, und das möchte ich an dieser Stelle auch gerne vorlesen, ist die Tatsache, dass wir auf der Seite der Pius-Bruderschaft, wenn ich dann Pius-Info das mal nennen darf, das will ich ganz kurz zitieren. Und auch das finde ich eine äußerst interessante Idee dafür. Die Labor Solis, ich zitiere jetzt von der Internetseite, die ich auch verlinken werde, kann man übersetzen mit Arbeit oder Mühsal der Sonne. Eine positive Interpretation würde dann wie folgt lauten. Die Arbeit der Sonne bezieht ja auf die vielen Reisen, die der Papst gemacht hat. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Selbst in den letzten Jahren, wo er von der Krankheit gezeichnet und geschwächt wurde. Kein anderer Papst vor ihm war in so vielen Ländern. Zwischen Japan und Mexiko hatte er die Welt bereist, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dort, wo sie wieder untergeht. Bezieht sich diese Devise also auf die vielen Reisen, die damit verbundenen Mühsal? Andere, welche das Pontifikat von Jonas Paul II. kritisch betrachten, weisen darauf hin, dass Labor Solis nicht Mühsal der Sonne, sondern richtigerweise mit Sonnenfinsternis übersetzt werden muss. Dann wird die Deutung eine ganz andere. Die Sonne ist seit Alters her das wichtigste Symbol für Christus. Nicht umsonst müssen alle Kirchen in der Christenheit geostet sein. Das heißt, der Priester und die Gemeinde blicken gemeinsam nach Osten, dorthin, wo die Sonne als Abbild Christi jeden Morgen aufersteht. Dann ist die Sonnenfinsternis eine klare Ansage dafür, dass unter Papst Johannes Paul II. die Wahrheit, welche Christus ist, verfinstert wurde. Durch sein Religionstreffen, zum ersten Mal praktiziert in Assisi 1986, und seine humanistischen Gesten der Religionsverbrüderung, Korankurs, Gebet im Moschee und Synagoge, hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Kirche in die Gemeinschaft der Weltreligion einreiht, als eine unter der vielen, ohne jede Vorrangstellung. Damit wird Christus, der ja Sohn Gottes ist, auf eine Stufe gestellt mit den übrigen Religionsstiftern, welche gewöhnliche Menschen waren. Das ist aber die Verfinsterung seiner Gottheit. Mich schaudert es gerade und ich ärgere mich eigentlich, dass wir dem hier Raum bieten. Aber das ist eine vierte Interpretation. Das wäre zum Beispiel eine Interpretation. Aber wir merken schon, während diese Sprüche, die ich zuerst zitiert habe, wirklich 100 Prozent ins Bild passten, nähern wir uns jetzt dem Land der Interpretation. Die Sprüche werden total uneindeutig und man kann sie auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen deuten, dass da eigentlich kaum Übereinstimmung unter selbst denjenigen herrscht, die dem Ganzen anhängen. Und jetzt kommen wir nämlich in ein ganz interessantes Gebiet. Lignum Vitae, dieses Buch von dem Belgier, ist erschienen 1595. Merkwürdigerweise hat man von dieser Prophezeiung in den Jahrhunderten vorher nichts gehört. Erst ein paar Jahre bevor das erschienen ist, da taucht das zum ersten Mal auf. Aber ich glaube, es waren fünf oder so. Und vorher eben nichts, nada. Die Päpste bis zum Ende des 16. Jahrhunderts sind relativ punktgenau beschrieben worden. Die zukünftigen Päpste, ich glaube, das sind 71 oder 72, die so genau beschrieben worden sind, die restlichen. Da befinden wir uns dann eben im Reich der Mythen und Legenden und die Sprüche wären total wischiwaschi. Also die 71, um es genau zu sagen, sind okay. Der 72. Siehste fängt ab zu weichen und da könnte man sagen, das ist schon der, der gerade da zufälligerweise, als das Buch erschien, an der Regierung war, im Vatikan. Legt den Schluss nahe, dass an der ganzen Geschichte vielleicht doch nicht ganz so viel dran ist. vor allem nicht der heilige Malachias dran war. Es gibt also jede Menge Gelehrte, die der Meinung sind und das ist auch so der aktuelle seriöse Forschungsstand zu dem Thema, dass entweder Vion selber diese Verse verfasst hat oder dass sie eben in seinem Umfeld entstanden sind. Das heißt also gegen Ende des 16. Jahrhunderts und man sagt auch, dass das Ganze einen bestimmten Zweck verfolgt hat, dass das Ganze also eine Zweckschrift war und zwar wollten gerne Vion und seine Leute, dass der Kardinal Simoncelli als nächster Papst an die Macht kommt. Die Verse kamen Justamente raus, als gerade ein Konklave anstand, als ein neuer Papst gewählt werden sollte und mit dem Spruch Ex antiquitate obis wollte er eben diesem Simoncelli auf den Papstthron verhelfen. Genau, das ist nämlich die fünf Jahre vorher, die Alexa vorhin erwähnt hat. 1590 war das Konklave, an dem Simoncelli teilgenommen hat. Dafür vermuten jetzt die meisten Historiker wurden diese Devisen geschrieben, um sozusagen aus der Rückschau zu sagen, seht mal, das hat Malachias vorhergesagt und jetzt bei dieser Papststahl soll also der Nächste sein aus der alten Stadt und das passte auf Simoncelli nämlich außerordentlich gut, denn Ja, der kam aus Orvito, genau, das ist auch die alte Stadt, die so genannt wurde, die alte Stadt und das hätte gut gepasst, hat aber an der Stelle gar nichts gebracht, denn es wurde nicht Simoncelli gewählt, sondern Niccolò Svondrati, der dann zu Gregor dem 14. wurde. Dumm gelaufen. Und wenn man jetzt also anfängt ab diesem Zeitpunkt ab 1590 sich dann die Beschreibung der Päpste anzugucken, wird es eben immer ungenauer. Wir haben eben schon für Janus Paul II. vier Interpretationen gefunden und ganz schwer tut man sich heute übrigens dabei die Einordnung für Benedikt XVI. Also der Spruch, der dann zahlenmäßig auf Benedikt XVI. also die 110 passen würde, ist Gloria Olive, also der, ja, die Ehre des Olivenbaums und da rätselt man jetzt halt furchtbar, wie man das irgendwie verpacken kann. Die Pius-Bruderschaft hat einen Artikel veröffentlicht, nachdem 2011 dem Papst ein Olivenbaum zum Geschenk gemacht worden ist. Dort war er hat eben quasi von Jerusalem, wenn man so möchte, einen Olivenbaum geschenkt bekommen vom israelischen Volk und da sagt man eben, das würde dann auf diese Oliven dahindeuten. Naja, und auch da haben sie eine Definition oder eine Interpretation der Dinge, die ich jetzt hier aber nicht mehr vorlesen will, das kann man da mal verlinken. Das ist schon auch ein bisschen antisemitisch, was die dann so vor sich her tragen, die Pius-Bruderschaft in ihren Schriften. Ja, also, was halten wir denn jetzt fest am Ende der Sendung? Also, wir werden noch einige weitere Quellen, weitere Interpretationen verlinken. Viel gäbiger ist das Thema nicht. Man stellt fest, dass bis 1590 die Päpste sehr gut beschrieben worden sind ab Kolistin. Es passt immer auf die Wappen. Ich kann auch im englischen Wikipedia-Artikel, ist das ja schon gemacht, die ganzen Logos mit den Beschreibungen sind alle verlinkt, inklusive der Gegenpäpste, die zum Teil auch in dieser Prophezeiung erwähnt worden sein sollen. Das ist also eine lange Latte dann bis zu dem jetzt dann kommenden Papst. Aber man muss eben festhalten, dass vermutlich das aus politischen Zwecken, um sozusagen dieser neuen Vorhersage 1590 mehr Gewicht zu geben, das Ganze gefakt worden ist, gefälscht worden ist und man eben damit bezwecken wollte, einen bestimmten Mann auf den Papststuhl zu setzen, das hat nicht funktioniert und man muss also jetzt vermuten, dass die Papst-Prophezeiung weder von Malachias noch echt ist. Also einschlägige Kreise, ich berufe mich da mal wieder auf die Pius-Bruderschaft, die sagen natürlich, wir glauben dem einen Forscher, der ein Buch darüber geschrieben hat und der der Meinung ist, dass diese Prophezeiungen echt sind, auch wenn er sie ebenfalls nicht dem heiligen Malachias zuschreibt, und zwar wir glauben Hildebrandt Troll, der Name ist Programm, nein, über die Toten soll man ja nicht schlecht reden, der ist 2011 verstorben, der gute Mann, der ist Kirchenhistoriker gewesen und Leiter des Herz-Jesu-Instituts der Pius-Bruderschaft und ist natürlich irgendwie aus ihren eigenen Reihen, wenn man so will und der hat nun gesagt, gut, das hat jetzt vielleicht nicht der heilige Malachias irgendwie selber abgefasst, sondern ein gewisser Philipp Neri, das war ein ganz berühmter Kleriker, dem auch Visionen zugeschrieben wurden, der angeblich der Beichtvater sämtlicher Päpste war und ein ganz einflussreicher Kirchenmann war und der soll das halt auch irgendwie selber verfasst haben und dann halt den heiligen Malachias als Sprachrohr gewählt haben. Also die sind natürlich jetzt auch der Auffassung, dass das Ganze, auch wenn es nicht vielleicht im zwölften Jahrhundert entstanden ist, doch echt ist und dass man natürlich so jetzt aufmerksam sein soll und dass das Pontifikat wieder zu seiner eigentlichen Ehre gelangen soll, dass man wieder Christus den Menschen näherbringt und so weiter und so fort. Etc. P.P. Wobei Herr Troll auch genau ein kirchenhistorisches Buch verfasst hat, nämlich das über die Prophezeiung. Naja, aber er war als Dozent tätig, also so viel es schon war. Naja, aber gut, also seine Thesen sind doch relativ umstritten. Die sind umstritten, ja. Wir werden feststellen, das werden wir wahrscheinlich in unserer Lebenszeit wohl noch erleben, da die Papste ja nicht mal so ganz jung sind, die auf den Papststuhl kommen. Ob es da noch einen Papst nach Benedikt dem 16., wer auch immer das dann sein mag, gegeben wird, oder ob die katholische Kirche zum Ende kommen wird, das werden wir dann erleben. Ob Rom zerstört werden wird, so wie es prophezeit ist. Naja, die werden sicherlich, also die Anhänger werden sicherlich einen Weg finden, das so zu interpretieren, als ob sie stirbt. Und wenn es nur metaphorisch durch Korruption und den Niedergang der westlichen Zivilisation ist. So wie die Welt ja eigentlich seit letztem Jahr schon untergegangen ist. Sowieso. Wir sind ja eigentlich gar nicht mehr da alle. Soviel zu den Pope Prophecies. Wir werden ganz viel Material euch verlinken, das könnt ihr euch dann angucken. Wir werden uns es schenken, YouTube-Videos zu verlinken, weil wenn ihr da einfach mal Papst-Prophezeiung oder Pope-Prophecies eingibt, werdet ihr ungefähr eine Milliarde YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten finden, die da was zu erzählen, das tut auf Dauer dann ziemlich weh, sich das anzuschauen. Das könnt ihr dann in der Tiefe tun, wie ihr das möchtet. Und das wollen wir jetzt aber hier an der Stelle nicht aktiv befördern, sondern das macht man einfach selber. Und dann lösen wir jetzt erstmal die Story der Woche auf. Die Auflösung Ja, was ist mit dem russischen Wissenschaftler, der aus Versehen in den Teilchenbeschleuniger geraten ist und einen Strahl voll mitten durch den Kopf abgekriegt hat und das Ganze auch noch wie durch ein Wunder überlebt hat. Die Geschichte ist tatsächlich wahr. Es handelt sich bei diesem russischen Wissenschaftler um Anatoly Bogorski. Man glaubt es nicht. Und zwar hat sich dieser Unfall 1978 ereignet, auch so wie ich ihn beschrieben habe. Er wollte checken, ob ein Teil defekt ist, hat diesen Strahl abbekommen und der hat die gesamte linke Gesichtshälfte, Gehirn, also den ganzen Schädel durchdrungen und der Mann hat überlebt. Also man hat erst gedacht, wenn er schon nicht jetzt an den direkten Verletzungen stirbt, dann wird er an der Strahlendosis sterben, die er da abgekriegt hat und er ist auch eingetragener Strahlenpatient, er lebt heute noch der Anatoly. Aber wie gesagt, er war anscheinend zäh und hart im Nehmen. Er hat das Ganze so beschrieben, dass er in dem Augenblick, als das passiert ist, einen Blitz, der heller als tausend Sonnen ist, gesehen hat. Er hat aber angeblich keine Schmerzen gefühlt, als das Ganze geschah. Die linke Gesichtshälfte ist dann angeschwollen und ja, man dachte dann halt irgendwie, das ist es gewesen, aber aus irgendwelchen Gründen hat er das Ganze verpackt und hat überlebt. Er hat Krampfanfälle ab und zu, die linke Gesichtshälfte ist gelähmt, weil die Nerven verletzt sind und er sagt, also er hat auch seinen Doktor gemacht, er hat dann irgendwie auch weitergearbeitet und er sagt, er müdet sehr schnell, wenn er sich eben gedächtnismäßig anstrengen muss, also wenn er wissenschaftlich arbeitet, das ist wohl sehr belastend irgendwie für ihn, er macht es natürlich trotzdem, aber ansonsten hat er kaum bleibende Schäden davongetragen. Völlig verrückt? Ja. Aber? Aber wahr. Aber wahr. Wenn er da auch nochmal die Quellen zu verlegen, das könnt ihr euch dann anschauen und eben mal eine wahre Geschichte und da möchte ich mir gerne wissen, wer die Geschichte für wahr gehalten hat oder gesagt hat, das kann überhaupt gar nicht stimmen. Zum Abschluss noch ein, zwei Kleinigkeiten. Nochmal der Hinweis auf unsere Huxilla-Weltkarte, die der Psyc anfertigt, der hat auch schon große Unterstützung vom Lederlappen erhalten, auch ein Hörer von uns und sie wächst, blüht und gedeiht und das ist ganz großartig, was da passiert. Also schaut euch das mal an und wenn ihr die unterstützen wollt, wenn ihr alte Episoden hört, der Psyc hat einen kleinen Artikel verlinkt, auf dem er beschreibt, wie man ihm helfen kann, diese Weltkarte anzulegen und das ist schon sehr eindrucksvoll, diese kleine Huxilla-Weltreise rund um die Erde mit allen möglichen Schauplätzen, inklusive, das ist schon eingezeichnet, Neuschwabenland, was ich besonders finde. Das mal noch als Hinweis. Dann Hörertreffen im Rahmen der GWUP-Konferenz, die ja vom 9. bis 11. Mai stattfindet. Auf der Seite GWUP.org könnt ihr euch zur Konferenz anmelden, mit ganz vielen Rednern, die auch schon im Skeptoskop vertreten waren und natürlich viele Podcasts, die da vertreten sind. Beim Hörertreffen, bei der Konferenz direkt nicht, sondern ich war bei der Konferenz inklusive uns. Wir dürfen mehr oder weniger die Konferenz am Donnerstag eröffnen, wo wir uns sehr freuen. Da guckt man auf die GWUP-Seite, ob ihr an der Konferenz teilnehmen wollt. Und wenn ihr zum Hörertreffen nach Köln kommen möchtet, das beginnt offiziell um 21 Uhr am 10. Mai und da sind in der Tat ganz, ganz viele Podcaster vertreten und das wird, glaube ich, eine sehr schöne und lustige Veranstaltung an dem Wetterabend. Ich weiß, dass es so sein wird. Das wird so sein und wir planen da wirklich auch noch einige Überraschungen und wer da kommen möchte, kommt auf die Homepage hoxeda.de und kommentiert den passenden Artikel. Der bleibt jetzt erstmal oben auf der Seite immer mit einem Plus Eins, wenn er alleine kommen möchte oder Plus Zwei, wenn er zu zweit kommen möchte und ihr werdet den Rest euch schließen können, wenn ihr mit mehreren Leuten kommen mögt. Das noch als Hinweis. Haben wir sonst noch was, was wir erwähnen müssten? Nee. Erstmal nicht, ne? Nee. Halt, wir haben noch eine Sache vergessen. Das Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr dreimal das Buch Gedankenwelten von Sebastian Bartoschek gewinnen bei uns. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine Anleitung für einen Aluhut schicken. Das kann ein Video, das kann eine Textanleitung, Fotos, was auch immer sein. Wir werden eine Jury bilden und werden dann entscheiden, wer letztendlich den ersten Preis gewinnt. die drei besten Beschreibungen für einen Aluhut werden das Buch erhalten und die Nummer eins, die dann gekürt wird, wird tatsächlich, weil Sebastian Bartoschek nämlich bei Vorträgen Einzug halt und er wird dort diese Anleitung verteilen. Also eine besondere Ehre. Ihr habt bis zum dritten, dritten Zeit, eine Anleitung einzuschicken und es gibt schon Einsendungen. Also insofern, strengt euch ordentlich an. Das, was wir haben, ist schon toll. Und wie gesagt, dreimal das neue Buch und quasi Unsterblichkeit, weil dann immer in den Vorträgen von Sebastian Bartoschek sozusagen eure Aluhut-Anleitung verteilt wird. Das Ganze findet natürlich mit freundlicher Unterstützung vom JMB-Verlag statt, der das Buch aufgelegt hat von Sebastian. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne kommende Woche. Genau. Wir hören uns nächsten Haltet die Ohren steif. Genau. Und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Recordtube-Production aus dem Jahre 2013. und wenn sie mit ihnen ist also mit Meetup-Marne für ein passieren mit Credits und dessen der Welt aus dem Jahre 2013. Das war nicht so Excuse-UnsDis